Herzlich willkommen zu Tag 3 der SPS 2020. Mein Name ist Wolfgang Huber, Geschäftsführer bei Mensch und Maschine für den Bereich Industrie und Maschinenbau und mein heutiger Gesprächspartner ist Uwe Modlmorg, Elektrotechniker und Vertriebsingenieur bei Mensch und Maschine. Guten Tag. Nachdem wir uns am Tag 1 mit Disziplinen wie Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik und deren Zusammenspiel befasst haben und am Tag 2 mit der Zusammenarbeit zwischen Mechanik und Elektrotechnik, also der Mechatronik, wollen wir uns heute befassen mit der Zusammenarbeit zwischen Elektrotechnik und dem Gebäude, also der Architektur, der Bauplanung. Das heißt, die Themen heute sind Elektroplanung, Gebäudeautomatisation, technische Gebäudeausrüstung. Ja, wenn man von Gebäude spricht, von Architektur, dann fällt schnell das Stichwort BIM. Was haben wir mit BIM zu tun? BIM steht für Building Information Modeling, eine Methode, die Prozesse im Baubereich zu optimieren. Und Mensch und Maschine beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema. Wir vom Team für EXS haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Gesamtprozesskette um den Bereich Elektrotechnik, Gebäudeautomation erweitern können und unser Produkt in die Prozesskette optimal integrieren können. Okay, du hast jetzt beschrieben, was BIM heißt. Was bedeutet das jetzt konkret für den Elektroplaner? Konkret heißt das für den Elektroplaner, dass wir mit Autodesk Revit ein Werkzeug in die Hand geben, in der er seine Planung, in die Gesamtplanung des Gebäudes integrieren kann. Das heißt, in einem Modell kann sowohl die Architekturplanung, die Heizung, Lüftung, Sanitärplanung und auch die Elektrotechnikplanung erfolgen. Das heißt, im dreidimensionalen Gebäude kann auch der Elektrotechniker seine Apparate, seine Schalter, Steckdosen, Stromkreise entsprechend planen und dokumentieren. Dazu gehören natürlich auch die Trassen und gerade beim Thema Trassen ist natürlich ganz wichtig das Thema auch Kollisionen mit anderen technischen Gewerken wie der Lüftung oder Heizung, was dort natürlich einen guten Überblick gibt und natürlich auch die Kollisionskontrollen ermöglichen, diese Fehler schnell und einfach zu beheben. Schauen wir uns doch am besten so eine Elektroplanung im 3D-Modell mal live an. Gerne. Die Elektroplanung bei BIM-Projekten wird grundsätzlich im 3D-Gebäudemodell wie hier in Autodesk Revit durchgeführt. Der Elektroplaner kann sich das 3D-Gebäudemodell vom Architekten entweder als Revit-Modell, im sogenannten IFC-Format oder über einen 3D-Scan als Pumpwolke hinzuladen. Die Kabelverlegewege, wie jetzt Trassen und Installationsrohre, können mit einfachen Befehlen in 3D sehr schnell geplant und auch ausgewertet werden. Am Ende erhält man natürlich einen kompletten Massenauszug über jegliche Formteile, die im Gebäude vorhanden sind. Zum eigentlichen BIM-Prozess gehört natürlich auch die interaktive Zusammenarbeit mit anderen Gewerken. Hier sieht man jetzt ganz schön, dass man eine Kollisionsüberprüfung zwischen Kabeltrassen und einem anderen Gewerk, wie jetzt den Lüftungskanälen, sehr einfach durchführen kann. Der, ja schon fast Klassiker auf der Baustelle, nämlich Kabeltrasse trifft auf den Lüftungskanal, wird somit vermieden und natürlich aber auch die dadurch entstehenden Mehrkosten. Die Stromkreisverwaltung in Autodesk Trevit und auch dann letztendlich das Erzeugen der entsprechenden Verteilerpläne schauen wir uns jetzt mal hier anhand dieses Gebäudes an. In diesem Gebäudemodell sind eine Niederspannungshauptverteilung und acht Unterverteiler mit insgesamt 168 Stromkreise verplant. Wie bereits erwähnt, werden in der Grundrissansicht die Installationssymbole platziert und somit auch die Stromkreise definiert. Jede Elektrokomponente wird einem Stromkreis und dieser wiederum einem Verteiler zugeordnet, wobei jeder Stromkreis aus Stromkreisnummer und Stromkreisbezeichnung besteht. Und wie weist man nun einem neuen Symbol, beispielsweise jetzt hier diese Doppelsteckdose, einem neuen Stromkreis zu? Na, zunächst kann man die vorhandene Doppelsteckdose einfach mal kopieren und um 1,50 Meter nach rechts versetzen. Über die vorhandene Doppelsteckdose öffnen wir den Stromkreiseditor und ergänzen den entsprechenden Stromkreis um eben diese neue Doppelsteckdose. Später kann man dann über die Eigenschaften der Steckdose immer wieder auf die Stromkreisnummer und auch als Element bezeichnet den Verteilernamen zurückgreifen. Bei den Verteilern wird die Gesamtlast berechnet. Diese Gesamtlast setzt sich zusammen aus den einzelnen Lasten der jeweiligen Stromkreise und zwar auch in der Berücksichtigung eines Gleichzeitigkeitsfaktors. Ja, wir haben jetzt die Planung im 3D-Modell gesehen, aber ist es damit erledigt oder kommt da noch irgendwas? Da fängt für einen Großteil der Elektroplaner natürlich die Arbeit erst an, nämlich die Erstellung des Verteilerplans. Dafür sind alle Informationen im Revit vorhanden, sodass wir eine für den Elektroplaner notwendige Stückliste, Ausgabe erzeugen können, in dem alle Stromkreise, alle Raumnummern und alle Verteiler enthalten sind. Das kann man im Revit machen? Im Revit werden Stromkreise und Verteiler im dreidimensionalen Raum geplant und in einer Stückliste ausgegeben. Und wie kommt der EXS ins Spiel? Wir vom EXS nehmen über unsere Integration diese Stückliste auf und erzeugen dort nach entsprechenden Anwendervorgaben automatisch einen Verteilerplan. Automatisch? Die Erzeugung des Verteilerplans erfolgt automatisch. Dem Anwender werden Werkzeuge in die Hand gegeben, um die Erzeugung zu konfigurieren, sprich welche Blattformate werden verwendet, welche Titelblätter werden verwendet, Anzahl der Stromkreise zum Beispiel auf einem Blatt, Papier und so weiter. Also als Laie heißt das für mich als Laie, der drückt auf den Knopf und dann rattern die Stromlaufpläne. Genau, das ist die Anforderung der Anwender, dass auf Knopfdruck fehlerfreie, automatisierte Verteilerschieben erstellt werden und damit Fehlerquelle, Excel-File, Papierdokumentation und ähnliches ausgeschlossen werden können. Das sollten wir uns live anschauen. Gerne. Genau, schauen wir uns mal an, wie wir aus der Elektroplanung im 3D-Modell Verteilerpläne erzeugen. Nun, zunächst geben wir einfach die kompletten Stromkreise in einer Stromkreisliste aus. In dieser Stromkreisliste sind alle notwendigen Daten vorhanden. Hier in diesem Gebäude sind es sogar insgesamt 168 Stromkreise. Aus Autodesk Revit wird ganz einfach diese Stromkreisliste als Datei im Excel-Format exportiert. In EXS wiederum können wir dann diese Stromkreisliste für die automatische Generierung der Verteilerpläne weiterverarbeiten. Diese Liste wird einfach importiert und über ein sogenanntes Feldmapping haben wir die Möglichkeit dann, diese einzelnen Spalten oder beziehungsweise deren Inhalte, EXS-Parametern zur Weiterverarbeitung zuzuweisen. Der nächste Schritt ist, dass wir hier in diese Liste eine Struktur hineinbekommen. Zum einen haben wir ja die Angabe unserer Verteiler und zum anderen gilt es ja, dass wir pro Verteiler eine bestimmte Anzahl von Seiten benötigen, um unsere Stromkreise zu platzieren. Das können wir per Knopfdruck berechnen lassen. Danach wird die komplette Liste mit den Zeilenumbrüchen, das sind die grünen Linien, einfach kopiert in die Zwischenablage. Der dritte Schritt ist, dass wir dann über das Einfügen der Liste automatisch die spätere Projektstruktur mit ihren Verteilern erzeugen. Der vierte Schritt ist dann, dass jede Seite noch ein Seitenmakro mitbekommt. Das kann beispielsweise für die erste Seite eines Verteilers immer eine Einspeisung sein und für die nachfolgenden Seiten entsprechende Potenzialweiterleitungen. Danach werden einfach die entsprechenden Verteiler ausgewählt, in diesem Fall machen wir zwei Stück und lassen per Knopfdruck die automatische Generierung der Verteilerpläne starten. Während EXS die Verteilerpläne im Hintergrund erzeugt, noch ein wichtiger Hinweis. In EXS können sowohl einpolige wie aber auch allpolige Verteilerpläne erzeugt werden, denn diese hängen einfach nur von der Darstellung im Stromkreismakro ab. So, und schauen wir uns jetzt mal das Ergebnis an. Wenn ich die erste Seite des Verteilerplanes aufrufe, dann sieht man sofort, dass die einzelnen Stromkreismakros nacheinander platziert sind, die Absicherung sind durchnummeriert und die Stromwerte, aber auch die Stromkreisnummern und Stromkreisbezeichnungen stehen an den Stromkreisschaltungen. Faszinierend! Wir haben jetzt gesehen, wie EXS aus Stromkreislisten, die aus Revit kommen, automatisch und fehlerfrei Verteilerpläne im EXS erstellt. Diese Stromkreislisten, müssen die unbedingt aus Revit kommen oder können die auch woanders herkommen? Nein, sie müssen nicht unbedingt aus Revit kommen. Wir bieten im EXS eine neutrale Schnittstelle, indem wir auch die Möglichkeit bieten, Stromkreislisten aus anderen Quellen zu importieren. Das heißt, das Übergabeformat an EXS ist definiert und wir können die Listen auch aus AutoCAD oder anderen Architekt-Wood-Produkten importieren. Okay. Wenn wir jetzt automatisch die Verteilerpläne erzeugt haben, da kommen ja sicher noch andere Informationen dran. Nicht nur die Informationen, die schon im Revit stehen, sondern was kommt denn da noch dazu? Eine der Hauptaufgaben von EXS und der Hauptfunktionen ist natürlich, eine eindeutige Betriebsmüllkennzeichnung zu definieren. Das heißt, im EXS werden Sicherungsbenennungen definiert. Diese sind eindeutig. Und diese Sicherungsbenennung und Zuordnung seinem Stromkreis können über die bidirektionale der EXS-Revit-Schnittstelle wieder zurück an Revit und den richtigen Stromkreis geschrieben werden. Das sollten wir uns anschauen. Schauen wir uns jetzt zum Abschluss noch an, wie wir die Referenzkennzeichnungen der Absicherungen und Anschlussklemmen vom Verteilerplan Mestrade beim Modell bekommen. Wir lesen hierzu einfach die sämtlichen Bezeichnungen aus den Verteilerplänen aus. Die bekommen wir jetzt hier in dieser Liste wiederum dargestellt. Und der nächste Schritt ist ganz einfach, dass wir diese Liste dann exportieren. Wiederum in einer Datei im Excel-Format. Diese um die Referenzkennzeichnung in erweiterte Stromkreisliste können wir wiederum nach Autodesk Revit in das 3D-Modell einlesen. Per Knopfdruck werden dann diese wiederum an die entsprechenden Stromkreise übernommen. Das Ergebnis kann man dann mittels des Stromkreiseditors überprüfen. Also hier sieht man ja jetzt dann alle einzelnen Stromkreise eines Verteilers und auch dann hier die einzelnen Kennzeichnungen der jeweiligen Absicherung und Anschlussklemmen. Ja, dieser durchgängige Informationsfluss von Stromkreisliste automatisch den Verteilerplan zu erzeugen, dort Änderungen zu machen, die dann automatisch wieder zurück ans Gebäudemodell übertragen werden, das ist der durchgängige Prozess, der zu BIM. Gehört der BIM definiert. Wenn Sie darauf neugierig geworden sind, dann besuchen Sie uns an unserem Messestand, unserem virtuellen Messestand auf der SPS 2020. Wir freuen uns auf Willkommen. Danke.